Loll, man kann dich durch die Wand sehen. Loll, was? Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Zusammen mit dem lieben Fix. Hallo. Du bist schon da unten. Und ja, wir zeigen euch heute mal ein neues Gebäude, was jetzt hier mit dem neuen Update hinzugefügt wurde. Heute kam ja ein großer neue Patch raus und da wurde dieses neue Gebäude hier hinzugefügt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Wikinger. Oh, guck mal. Die Wikinger haben das Lobby angegriffen, Alter. Alter, die haben das auch kaputt gemacht. Loll. Was? Die haben das Gebäude hier kaputt gemacht. Das ist so aufgerissen in der Keller. Das ist so ein Flachdach. Ja. Loll. Ich bin leider scheiße gelandet, ey. Aber ich komme gleich rüber. Ich gucke mir erst mal kurz das Gebäude an. Das war ja früher nur so eine Kack-Garage. Jetzt ist da anscheinend wenigstens... Ja, okay, das ist eine Tür. Oh, da oben ist noch sogar eine Kiste drin. So Betten. Okay, hier ist eine Kiste drin. Mal gucken, wie gut ist die. Oh, guck, es gibt doch diese neuen Animationen, oder? Leute, habt ihr das schon gesehen? Es gibt einfach so geile neue Animationen. Ich finde die richtig sick. Ich finde die mega geil. Hast du schon mal einen Chak-Chak gesehen? Ja, ich habe ein Video gesehen mit einem Chak-Chak. Der seufzt sich den ein. Der schüttelt sich da einfach so richtig ins Gesicht rein. Ja, Mann. Oh, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Oh, nice. Lass uns einfach komplett kaputt machen. Noch eine Schatzkarte. Noch eine. Yes. Ja, OP. Wir haben gewonnen. Ja, schau mal. Was denn? Mit Unternehmunputz. Loll, man kann dich durch die Wand sehen. Loll, was? Cool. Das ist ja mega der Hack. Das ist ja mega der Aim-Bot. Hä? Du kannst mich auch sehen. So blau, ne? Ja. Hä, man kann die Teammates anscheinend durch die Wand sehen. Aber das ist echt eine nice Änderung. Und wir haben das angepasst, dass man... Oh, geht, ne? Wir haben angepasst, dass das Namensschild durchsichtig wird, wenn man draufkommt. Das ist sehr gut. Oben auf dem Dach. Ein Hits. 60er. Boah, ich habe ihn genossen direkt. Ich schieße den Dach. Ich bin runter. Nice one, Chris. Sehr schön. Wir gehen Schatz suchen, oder? Ja, warte, ich gucke mal, wo meiner ist. Oh, meiner ist in die Richtung hier. Mein Schatz ist hier so ungefähr. Mein Schatz ist... Wollen wir uns trennen kurz? Also, musst du weit weg? Ich glaube, meiner ist noch relativ in der Nähe. Aber meiner ist bei dem Hexenhaus, da würde ich sagen. Meiner ist auch nicht so weit. Die sind auf Schatzsuche. Die AKs sind jetzt leider nicht mehr da drin, ne? Weil die AKs sind... Ja, die wurden schlechter geworden, ne? Die AKs sind nur noch... Welche Farben haben die? Grün und Blau? Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall Grau und Grün gibt. Ja, dann Blau, safe. Und dann wahrscheinlich Blau noch, ja. Ist der mega-ripp. Ah, Leute, die Automaten wurden auch verändert, oder? Hier steht einer. Weil die haben keine Preise mehr, oder? Ja. Ich glaube, ich habe gelesen in dem Patch noch. Du kannst es kaufen und dann verschwindet der Automat. Aber du hast halt das Item for free. Finde ich richtig gut. Alter, das ist richtig nice. Ja, ich habe mir jetzt eine Lederne Scar geholt. Ja, gönn dir. Oh, ich habe so einen Googler. Weißt du, wie man mit dem boosten kann? Keine Ahnung. Wird doch auf der rechten Seite stehen, oder? Toll, mein Boost ist nicht belegt, glaube ich. Ist nicht belegt? Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht belegt. Gucken. Uh, zwei Goin des Scars. Nice. Ich brauche eigentlich eine. Ich habe nur so eine scheiß Silence Scar. Aber Zone kommt auch gleich. Scheiße. Äh. Oh, hier ist noch ein Googler. Verdammt, mein Boost ist, glaube ich, nicht belegt, ey. Ich gucke, ob es bei mir belegt ist. Aber es sind zwei, okay. Kann man springen mit dem? Nee, aber du kannst ihn irgendwie boosten. Ja, aber... Oh, oh, oh. Ich komme zu dir. Oh, mein Gott, ich habe mega boosted mit Spider-Man. Man sollte Gebäude zerstören können, dann wäre es geil. Googler-Watte. Oh, lol. Ich habe es jetzt belegt. Okay, warte, wo belegt man das? Tasten-Kombination. Ja, und dann habe ich einfach Rechtsklick gemacht. Lol. Hast du auch Boost belegt? Oh, mein Gott, ich bin zu schnell, Alter. Und du kriegst überhaupt kein Damage da drin. Du kannst nicht mal Damage bekommen. Gar nicht, auch nicht. Fossen werden. Lass mal Gegner holen. Okay, wo sind die... Hast du gerade mich gegrabt? Ich glaube, ja. Ja, ich bin an dir. Oh, mein Gott. Lol. Die sind hier drüben? Ich war gerade an dir gegrabt, Chris. Ja. Und ich habe den Todesboost des Jahrhunderts bekommen. Er ist runtergedroppt. Schieß auf den anderen. Und ich habe zwei Hits. Nein! Oh, mein Gott, genau neben mir. Wo ist er hin? Alter. Oben, 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 oben. Kannst du mich aufhören? I try. Ich habe ihm ein Hunderter Hilt gegeben. Ja, sehr gut, sehr gut. Es geht durch, geht durch. Safe. Easy. Hinter uns. Haben wir ihn genockt? Ich trinke Chuck Chuck, okay? Okay. Hab ihn. Nice. Ich habe noch einen Chuck Chuck, wenn du magst. So geil, die Animation, Alter. Warte, zeigst du ihn. Ich will es ihn. Nein. Zu spät. Ich kann ihn ja beginnen. Ich habe selber einen. Oh, mein Gott. Alter. Ja, rein in deinen Bull, Junge. Man gönnt sich richtig, ne? Hier ist ein neue Pump, wenn du willst. In welche Farbe? Lila? Kann ich lieber die. Okay. Okay, nice one. Sehr gut, Alter. Aber ich habe gerade dich gegrabt mit dem Grappler. Während ich dann weiter bin, oder wie? Ja, Mann. Ey, lass noch mal die Dinger nehmen. Du musst es mal machen. Ich habe mich so übel weggeboostet. Oder meiner liegt dort drin, oder? Meiner ist hier. Nein, ich weiß nicht, wo du ausgestiegen bist. Ah, da drüben bin ich. Da drüben. Ey, jetzt mit dem Boost macht es auch Sinn. Weil sonst fährst du ja nur richtig lang. Geh mal runter. Grabel mich. Sehst du mich? Warte, ja. Ah, hast nicht so viel Speed bekommen, ne? Jetzt habe ich dich. Nee. Loll, kannst du dich die ganze Zeit festhalten? Ja. Okay, dann bin ich wahrscheinlich über die Kante, oder so. Kann ich dich mitziehen? Ich weiß nicht. Gehört mich mal. Ey. Du ziehst mich mit. Ich mach gar nichts. Wir sind eine Verbindung. Oh mein Gott. Oh, der hat gepflegt. So dumm, ey. Lol. Ich habe schon wieder einen guten Boost bekommen. Ja, so ist das schon geil. Ist schon geil auf jeden Fall, das Ding. Komm, jetzt lass noch mal die anderen töten wenigstens, ey. Boah, komm, über das Ding. Geht das? Jetzt bekommen wir einen Boost. Ey. 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 Ich bin tot, ey. Juhu. Halt dich an dem Baum fest. Ey. 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 Da hinten wurde gebaut. Der wurde gut gefightet. Vor allem das Geile ist, du kannst halt die ganze Zeit move'n, ohne überhaupt Damage zu bekommen, ne? Ja. Richtig angenehm. Sobald die dich ausschießen, du musst auf nichts achten mit dem Ding. Bin die dort? Ah, links. Da. Nein. Nein, mein Buddy. Buddy. Nein. Mein Buddy ist aus... Aus der Teporte gerollt. Es tut mir leid. Hier in dem Main. Ich wollte eigentlich nur... Nein. Oh mein Gott. Ich wollte die da parken, aber... Wir werden beschossen von... Okay, auf dem... Auf dem in das Haus ist jemand. Okay, ich bin ein Schutzschild, okay? Ich lenke sie ab. Was machst du denn da? Ich versuche hochzukommen. Menschliches Schutzschild. Ist er da oben drin noch? Ja. Er springt einfach durch meinen Boden, ey. Oh nein, ich wurde ge... Ich habe ein 200-Helt-Tuch-Komponiert. Ja, ich bin tot. Oh Gott, ich bin so low. Du musst mich richtig schnell holen. Wo bist du? Hier unten. Oh mein Gott, ich habe den... Fünf Sekunden. Oh mein Gott, ich habe einen getötet. LOL. LOL, du hast ihn in die Luft gejagt? Ja. Alter. Und es ist noch ein Gegner. Oh mein Gott. Hä, was ist das denn? Ich habe einfach so einen Snipe bekommen. Ich habe einen Chuckie. Ach so. Uuuuh, ich gott mir... Was ist das für eine komische Runde, ey. Oh mein Gott. Ewig nicht mehr so eine komische Runde. Alter, ich habe dich mit einem HP bekommen und in der Sekunde den genockt. Alter, das war crazy. Äh, gekillt direkt mit meiner Explosion. Ja, vor allem, warum liegt nur noch ein Gegner? Ich weiß nicht. Aber der bekommt das oben. Pfeffer mal ein bisschen Dinge, Explosives rein, um ihn anzumachen. Anzumachen? Ja, Angst. Bin manchmal ein bisschen doof, weißt du? Dann kann ich nicht sprechen. Ja, kenn ich. Ja, weißt du schon. Bist du ja gewöhnt von mir. Ja, wo ist der Dude? Alter, ich habe einfach 200er Hit bekommen. Habe ich den in der Luft gejagt? Ich weiß nicht, wen ich getötet. Schau mal, da ist ich, glaube ich, runtergefallen. Und den anderen habe ich, glaube ich, genau... Oh, hier ist noch ein Chuckie. Oh, da vorne ist der Letzte. Komm, Chris. Du musst ihn töten, okay? Okay. Okay, er hat mich noch nicht gesehen, glaube ich. Ab ihn. LOL! Juhu! GG, ne? Warte, ich muss meinen... Hey, meinen Emote. So, jetzt. Leute, ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Tragt ihr mich gerne als Creator-Info in der Shop ein. Einfach Snox hier dort eintragen. So, wie ich Ingame heiße. Also, Snox und ein kleines E-A-Sende dran. Und, ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaut euch gerne beim Fix vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und, äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.